Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Avoyeon. Ja, gucken wir nochmal rein hier. Gibt hier etwas Interessantes, wo ist dein Heimatzeug? Gib mir da einen ganzen Fracht. Wo ist es hier? Das ist ein bisschen so. Da wird mir gebracht, Kaufmann. So, jetzt habe ich es richtig hingekriegt. Man muss auch F drücken und erstmal anvisieren und dann geht auch was. So, Upgrade kaufen und verkaufen. Da war ich gerade sehr schweigsam, weil ich mich vertan habe. Ja, gucken wir mal weiter hier. Okay, da sind ja viele, viele Sachen, die wir... C... Abspürreichweite, Sektor, Energieverbrauch, 15 Megawatt verkaufen. Was ist das? Kläglich, Aufspürreichweite. Okay, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, ne? Aber... Das ist ein Bergbausystem. Kläglich, Eisen, Reichweite, 2, erst reden, 3, Energieverbrauch, 15 Megawatt. Okay, das kann man alles einbauen. Hört sich richtig gut an. Den unteren können wir dann schon mal verkaufen, weil es den besseren gibt. Ja, gucken wir mal hier mal rein. Energie nach Schildkonverter, Energie nach Schildkonverter. Okay, erzeugt die Energie, das heißt, der kann schon mal weg. Dann kommt der Detektor wieder. Ja, und Quantum Hyper-Rom Upgrade. Sprungreichweite plus 1, Hyper-Rom Cooldown plus 100, wieder Aufladung, Energie. Energie nach Schildkonverter, Geschützkontrollsystem. Eigentlich ist das hier alles wahrscheinlich Müll, ne? Wir hatten ja Energie nach Schildkonverter hier vorne irgendwo auch, oder? Oder Doppel-Eisen? Ne. Achso, den konnten wir kaufen, gut, okay. Eisenbergbau-Geschützturm. Schaden 1,9. Warte mal, hier sind jetzt 4 Geschütztürme. 1,7, 2,8. 3,2, 3,4. 1,7, 15, 4 ist die Effizienz. 12,6 ist die Effizienz. Ja, ich denke mal, die können wir dann mal verkaufen. 1,4, 6,6. 1,5. Kriegen wir richtig Geld dazu? Ja. Doppel-Eisenberg-Bau-Geschützturm, Eisenberg-Bau-Geschützturm. Ja, das verkaufen wir auch. Bergmann. 2, Doppel-Eisen-Abwrack-Geschützturm-Bergbau sind wir erstmal bei. Ja. Größte Doppel-Eisen 1,6. Aber diese hier sind ja dann genauso gut wie der Doppelte, ne? Wenn wir da zwei von nehmen. Okay, doppelt würde bedeutet, wenn... Aber ich weiß auch nicht, ob die... Doppel-Eisen-Abwrack-Geschützturm-Schaden. 1,7. Mach den weg, das bringt nix. Ich weiß auch gar nicht, was wir gerade installiert haben. Den Verkauf auch. 0,9. Drei-Fach-Maschinen-Geschützturm. Doppel-Maschinen-Geschützturm. Den weg. Doppel-Bolter-Geschützturm-Tech 7, Tech 8. Schaden 3, Schaden 4,6. Schaden 3, Schaden 2. Dann machen wir den auf jeden Fall schon mal weg. Doppel-Eisen-Berg-Bau-Geschützturm, ungewöhnlich. 1,3. 17,3. Genauigkeit 100. Reichweite 7,75. Doppel-Eisen-Abwrack-Geschützturm. Ja, Geschützkontrollsystem. Batterie-Upgrade. Energiespeicher plus 60%. Warte, dann hatten wir da auch Batterie-Upgrade. Ja, das können wir mal beides verkaufen. Geschützkontrollsystem haben wir hier. Ungewöhnliches Schütze 1. 13 Gigawatt Energieverbrauch. Ungewöhnliches Schützturm hinzu. Hm. Das 3-V-Maschinen-Geschützturm macht 3 Schaden. Das 4,6. Auch das 3 Schaden. Feuerrate 3,2. Feuerrate 6,3. 5,9. 5,1,5. Die sind ein bisschen mit der Reichweite besser oder was? Nicht wirklich, das ist auch besser. Ich glaube, den verkaufen wir mal. Und den verkaufen wir auch mal. Eisenberg-Baugeschützturm. Der ist effizienter. Der hat mehr Schaden. 20.000 Schaden an Stein. Das da unten ist das gleiche. Komm, da geht einer von weg. Egal. Der ist richtig gut. 20,9. Schaden-Sekunde. Der hat auch 3. Der sieht auch so aus. Weiß wir mal in der Reichweite. Okay. Ungewöhnliches Zielen, aber weniger Schaden. Hm. Da ist der automatisch mir aber eigentlich die bar. Wenn er denn funktioniert, ne? Aber der große ist natürlich 20,9. Und dann bringt jetzt hier nur weniger Schaden. Ja, die sind alle jetzt hier nicht schlecht, in Anführungsstrichen, ne? Aber diese beiden sind ja identisch in dem Sinne. Nur der ist effizienter. 9,1. Verkauf mal den unteren, fertig. Ja, komm, der kommt auch weg. Jetzt haben wir davon noch 2. Der obere ist mit 20 der bessere, nehmen wir. Battery Upgrade lassen wir. Geschützkontrollsystem. Unbefonderte Geschütze plus 2 Energieverbrauch. 22. Ja, den würde ich. Geschützkontrollsystem plus 1 Energieverbrauch. Ich glaube, das machen wir weg. Quantum Hyperchrome Upgrade. C3-PC Detektor. Okay. Jetzt sind das nur noch diese 13 und die haben wir auf dem Schirm auch. Techshade 96. Maschinengeschützturm. Exotisch. Okay. Doppel Bolter-Bolter-Beschützturm. Hatten wir hier unten auch nochmal. 4,8. 3. 2,7. 3,2. 96. 2,98. Reichweite 5,6,4. 5,4,9. Eisen. 67% Schaden an Hülle überhitzt. 74 Schaden an Hülle. Okay, dann würde ich sagen, kicken wir den auch noch raus. Also hier sind ein paar Sachen bei, die würde ich gerne wählen. Das letzte ist jetzt das Bergbausystem. Markiert in der Nähe befindliche Astroiden. Das ist nicht schlecht unbedingt. Also die beiden lassen wir erst noch. Quantum Hyper-Rom-Upgrade ist auch noch da. Eine je nach Schild-Konverter. Der ist auch interessant. 3-Upgrade. Das möchte ich alles haben. Doppel-Eisen-Abwrack-Geschützturm. Der ist super. Eisenbergbau-Geschützturm. 3,4. Eisenbergbau. Da oben ist ein Doppel. 1,3. 3,4. 13,4. 17,4. Effizienter ist der. Der oben hat unerwältigende Zähne. Der nicht. Weg. Also mir kommt es vor, dass das Grüne nicht unbedingt das Bessere ist. 3er Schaden. 4,8. Feuerrate 2,7. 6,3. Ist dann häufiger, ne? Tja. Was haben wir hier noch? Euro wiederholen, ne? Gut, das wollen wir gar nicht. Wir haben jetzt 67.000 da oben. Das ist ein cooles Ding. Das würde ich kaufen wollen. Hier ist noch ein Top-Bergbausystem für eine halbe Million. Tja. Tja. Radar-Reichweite plus 3. Auch schön, ne? Hier gibt es noch ein Bergbausystem. Das reagiert auf Titan. Das wäre richtig cool. Also das möchte ich schon kaufen. Was sind das hier? Schild-Booster? Nö. Das ist es jetzt nicht. Energie nach Schild-Converter? Nö. Generator-Upgrade auf lauter Rate plus 19. Und das ist nix. So, das nehmen wir als erstes jetzt mal. Ach, da gibt es auch mehrere von. Gut. Radar-Reichweite plus 3 Energie von Monö. Aber der hier, der gefällt mir auch. Den nehmen wir auch noch. Das Bergbausystem da ist zu teuer. Was haben wir denn jetzt gekauft hier? Den Detektor. Und jetzt sehe ich das nicht mehr. Kann ich hier sehen, wenn, ne? Den Detektor habe ich gekauft. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Das war erstmal gar nicht so schlecht. Wo ist denn unser Schiff? Da. Ziemlich klein, aber da. Gut. Und dann. Achso, der ist ausgewählt. Deswegen wird er da oben gezeigt. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal gucken, dass wir ins Bauen nochmal kommen. Und jetzt haben wir hier. Ein Doppel-Eisen. Wo sind die alle? Maschinengeschützt. Drum exotisch. Okay. Doppel-Volta-Beschützturm. Doppel-Eisen-Bergbau-Beschützturm. Okay, doch. Das sind doch die, die wir brauchen. Ja, jetzt nur die Frage, was drauf ist, ne? Bauen. Aber die ist weg, das Fenster. Weil ich brauche jetzt die Ansicht hier. Wo sind denn unsere Beschützer? Da oben ist ein Eisenback-Apfrag-Geschützturm. Der hat 18, 9, 13, 2. 18, 9, 13, 2. Aber Eisenback-Geschützturm. 18, 9, 13, 2. Dann ist der ein Tacken besser. Dann würde ich den ja vorschlagen, einen zu bauen, ne? Wo war er jetzt? Der ist es, ne? Genau. Den entfernen wir jetzt gerade. Und bauen definitiv den anderen rein. Dreifachmaschinen. Also der, Abwrack. Gut. Der kommt definitiv jetzt da hin. Und zwar da drauf. Ne, da drauf war der, ne? Gut. Dieses Schiff unterstützt nicht mehr von diesen Geschützturm-Typen. Sorry, aber wir haben noch gerade einen abgebaut. Oh, ich glaube, ich werde angegriffen. Das ist nicht gut. Dann lass uns mal gerade fliegen. Okay, wo ist er? Da sind sie. Fliegen wir mal gerade ein Stück weg. Dann, wie sehen wir die an? 5, 5, 6, 8, 7, 5, du wirst sterben. 2, 3 aus, nur 1 machen. Keine Treffer bisher, weil wir Reichweite nicht haben, ne? Okay, da geht's los. Wollen wir mal schauen. Ein bisschen zurück immer fliegen, ne? Und jetzt gerade hinter uns kein Asteroid, dass wir getroffen werden. Ja, sieht auch ganz gut aus, oder? Ich glaube, da kann uns auch noch nicht treffen, irgendwie. Der bleibt schon zurück, oder wie sehe ich das? Okay. Na, komm, fliegen wir mal richtig drauf zu wieder. Und freut er sich auch gleich, wenn er richtige Treffer hier kriegt. Und dann ist er jetzt gleich kaputt. Das war... So, bitte. Nächste, bitte. Du bist jetzt dran, ne? Sorry, dass ich dich jetzt auswählen muss. So. Ja. Du wirst jetzt auch daran leiden müssen. Warum treffe ich nicht mehr? So weit weg bin ich doch gar nicht. So, jetzt geht's. Na dann. Der ist auch kaputt. Und wo ist der letzte? Da. Und du wirst auch kaputt gehen. Keine Sorge. Du sollten sich dann doch mal überlegen, ob sie sich mit mir anlegen möchten oder nicht, ne? Wir sind dann doch relativ stark, oder? Und jetzt schießt der gar nicht mehr. Keine Ahnung warum. Ähm, das glaube ich nicht. Ja, jetzt geht's rund. So, komm schon. Ist der schon bewegungsunfähig, oder was? So, daneben ist schon so ein schickes blaues Teil. Das müssen wir gleich erstmal holen, ne? So, ein grünes gibt's auch noch dabei. Wow. Und ein weißes ist auch noch da. So. Jetzt haben wir wieder so ein paar Sachen aufgesammelt. Da drüben ist noch das andere Schiff. Weiß jetzt nicht. Muss wir da alles einsammeln, aber machen wir erstmal. Und das dritte ist jetzt die Frage, wo das ist. Aber da hinten ist schon wieder so eine Armada im Hintergrund zu sehen, ne? Da oben. Ja. Unbekannte Schiff, Xultan, sind das. Jetzt wäre mir noch ganz nett, wenn ich wüsste, wo der dritte ist, ne? Den sehe ich jetzt gerade nicht. Den habe ich auch irgendwo hier kaputt geschossen, ne? Da ist einer. Dieses ist der zweite. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Tja, da ist er, oder? Klingen wir mal gerade rüber. Der hat auch nur Eisen. Der lohnt also auch gar nicht mehr zu plündern. Liegt auch nichts rum, ne? Nö. Das ist ein Titanwrack, aber. Nein, da müssen wir aber einen anderen anmachen, ne? Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Für diese soll es dann reichen, erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.